Hansi Flex steht vor einer Rückkehr zum FC Bayern München, die BVB-Stars können sich Hoffnung auf eine EM-Teilnahme machen und einige Personal-Updates beim BVB und auch beim FC Bayern München. Alles und mehr jetzt gleich hier in diesen Highlights. Vorab, lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um keine News mehr zu verpassen. Bevor wir mit dem Video weitermachen, gehen wir einmal kurz rüber zu meinem Sponsor ProSys. Dort könnt ihr, wie ihr wisst, mit dem Code BULLY jederzeit 10% sparen. Also bei allen Aktionen, die es da sonst noch so gibt, könnt ihr nochmal 10% on top mit meinem Code BULLY sparen. Aber was ist überhaupt ProSys? Dort findet ihr eigentlich alles rund um eine gesunde Ernährung und auch natürlich rund um den sportlichen Bedarf. Von Trainingskleidung über Eiweißpulver, über andere Supplements wie BCAAs oder auch Intra-Workouts, Elektrolyte oder was man sonst so vielleicht auch beim Fußball gebrauchen kann. Aber ihr könnt euch dort auch Fertiggerichte bestellen, die proteinreich sind, die gesund sind und alles bekommt ihr in absoluter Top-Qualität. Schaut gerne mal hier in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link zu ProSys und mit dem Code BULLY könnt ihr immer 10% sparen. Das war's von mir und damit weiter im Video. Das erste Thema, Louis van Raal. Der FC Bayern München diskutiert wohl tatsächlich intern über eine Rückkehr des Ex-Trainers. Louis van Raal, der wird einigen von euch noch was sagen, einigen schon wiederum nicht. Denn damals war er Trainer beim FC Bayern München in der Saison 2009-2010. Er hat damals eine Ballbesitz-Ära beim FC Bayern München gestartet und war auch nicht so lange dort. Nach einer Negativ-Serie und Streitigkeiten mit Uli Hoeneß und Co. Hat er dann im April 2011 vorzeitig beim FC Bayern München sein Amt niedergelegt. Und jetzt gibt es eben Ideen, Louis van Raal zurückzuholen. Warum? Weil er im Endeffekt für Umbruch steht. Er hat damals einen großen Umbruch beim FC Bayern München eingeläutet, unter anderem Spieler wie Thomas Müller dann auch in die Startelf genommen, einen Umbruch in der Truppe vorangetrieben. Und das hat maßgeblich auch für die kommenden Jahre, für die kommenden starken Bayern-Jahre beigetragen. Viele sagen, dass dieser Umbruch unter van Raal der Grundstein war für die dann folgenden Champions-League-Siege und so weiter und so fort. Und genau diesen Umbruch will ja auch der FC Bayern München in diesem Jahr durchziehen. Und jetzt denkt man sich anscheinend bei den Bayern, Schuster bleibt bei deinen Leisten, warum nicht nochmal van Raal? Er wäre aber tatsächlich auch nur eine Interimslösung. Eine Interimslösung bis zum nächsten Jahr für eine Saison soll er die Truppe umkrempeln, vielleicht sogar Erfolge erzielen oder ganz große Erfolge erzielen. Und im nächsten Jahr, dann sind wieder die Namen, die wir alle kennen im Spiel. Xabi Alonso, Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder Sebastian Hoeneß wären dann wohl die Kandidaten, die man im nächsten Jahr ins Auge fassen würde. Das Ganze hier geht übrigens auf einen Bericht vom Kicker zurück. Es ist aber nicht klar, ob überhaupt Louis van Raal für dieses Modell zu haben wäre. Für nur ein Jahr, für ein Umbruchjahr, für einmal Umkrempel beim FC Bayern München und dann wieder weg. Und ob die Bayern überhaupt solch eine Idee weiter groß verfolgt haben. Man hat sich eigentlich mit einem anderen Niederländer mehr beschäftigt, das war Erik Den Haag. Der hat mittlerweile abgesagt, beziehungsweise ist auch nicht mehr so ein richtiger Top-Kandidat bei den Münchnern. Von daher muss man jetzt mal schauen, wo man im Endeffekt auch schon fast bleibt. Louis van Raal ist eine Option, eine Interimslösung für einen Umbruch. Was sagt ihr zu diesen Ideen? Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Der DFB ist ja aktuell ziemlich ohne Dortmunder. Da ist bislang nur Niklas Füllkrug ein Teil der deutschen Nationalmannschaft. Und eigentlich dachten nicht wenige, dass das auch bei der diesjährigen EM so passieren wird. Nagelsmann, der hat erst kürzlich unterstrichen, dass natürlich immer noch die Tür für den ein oder anderen Spieler offen ist. Man will ja für die Heim-EM eine wirkliche Turniermannschaft mit an Bord nehmen. Und da muss man jetzt sagen, die absolute Turniermannschaft, die wir aktuell in Deutschland haben, das ist eben gerade der BVB. Wo nur ein einziger Spieler von insgesamt sechs deutschen Spielern, die dort immer wieder in der Startelf stehen, tatsächlich für die EM nominiert wurden. Dass jetzt zum Beispiel ein Marco Reus, der jetzt nicht mehr so ein wirklicher Teil ist und auch zu diesen sechs Deutschen gehört, nicht mehr den EM-Zug aufspringen wird. Das dürfte jedem klar sein, auch wenn er als Joker immer mal noch gute Einsatzminuten bringt. Da hat man mittlerweile eben auch beim DFB bessere. Aber wir müssen jetzt hier auf jeden Fall vier Spieler diskutieren, die es eigentlich meiner Meinung nach noch schaffen sollten. Oder zumindest wenige oder mehrere davon sollten es schaffen, noch ein Teil der EM zu werden. Dazu muss man direkt sagen, es ist ja auch so, dass der EM-Kader erweitert wurde. Statt 23 Spielern können jetzt 26 Spieler mitgenommen werden. Und das könnte natürlich auch etwas Gutes sein für den ein oder anderen Dortmund-Spieler. Fangen wir an mit dem Spieler, der meiner Meinung nach auf jeden Fall mit soll. Und das ist Nico Schlotterbeck. Ein sehr, sehr kontroverser Spieler. Viele, viele sagen, er wäre sehr, sehr fehleranfällig. Würde tatsächlich ja ständig irgendwelche Fehler machen und berufen sich dann auf irgendwelche Szenen von, keine Ahnung, von vor drei Jahren oder von vor einem halben Jahr, vor einem Jahr. Aber dabei ist der Junge viel konstanter geworden. Gegen Paris Saint-Germain hat er Bestnoten bekommen. Von Fußballtransfers einmal die Note 1, einmal die Note 1,5. Als Linksfuß in der Innenverteidigung hätte er ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben keinen deutschen Linksverteidiger in der, also keinen Linksfuß in der Innenverteidigung. Und das ist eine Stärke, die sollte man nicht unterschätzen. Ich erinnere nur auf diesen wunderschönen Chipball auf Niklas Füllkrück zum 1-0 im Hinspiel gegen Paris. Das hätte kein Rechtsfuß von da so gespielt. Nagelsmann, der hat immer wieder die Inskonstanz des 24-Jährigen bemängelt. Und hat auch so ein bisschen gesagt, er wird ihn erstmal nicht berufen. Aber ich sage euch eins, jetzt gerade, weil Julian Nagelsmann seinen Vertrag ja auch noch verlängert hat und bis 2026 auch bei der nächsten WM noch Trainer sein wird, er muss eigentlich Nikos Schlotterbeck mitnehmen. Er muss ihn ans DFB-Team ranführen. Denn spätestens bei der WM wird kein Weg an Nikos Schlotterbeck dran vorbeiführen. Denn dann spielt kein Mats Hummels mehr. Dann ist ein Rüdiger mittlerweile in die Jahre gekommen. Da werden wir eine neue Innenverteidigung in der deutschen Nationalmannschaft sehen. Und deswegen ist, meine Meinung, Nikos Schlotterbeck ganz klar für Deutschland. Etwas kontroverser, Emre Can ist eher ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Man muss mit ihm sprechen, also man muss kurz über ihn sprechen. Denn er ist eben auch Teil dieser BVB-Mannschaft. Ist Kapitän von Borussia Dortmund, führte sie hier damit ins Champions-League-Finale. Aber machen wir es kurz. Nein, jetzt auch in den Spiel gegen Paris Saint-Germain, Note 4, Note 3,5. Der war mit der schlechteste Dortmunder. Den sollte man definitiv nicht mitnehmen. Ein Name, über den man aber mal sprechen darf. Das ist Karim Adeyemi. Im März, da stand er nicht im EM-Kader und war auch, ja, er war so eine Art Herdefall, hat kaum gespielt. Hatte viele Verletzungen, war absolut nicht in Form. Jetzt zeigt er wieder sehr, sehr gute Leistungen. Spielte sich, seitdem er jetzt nach den ganzen Verletzungen zurückkommt, auf der linken Seite fest und entdeckte auch noch das Verteidigen für sich. Hat hier in den Spielen gegen Paris richtig sich reingekämpft. Und das ist natürlich eigentlich eine gute Voraussetzung für eine Bewerbung bei der EM. Zuletzt hat er sogar eine Einladung für der UN20-Nationalmannschaft abgelehnt. Und deswegen glaube ich, wird das auch beim DFB eher kritisch gesehen. Man hätte ihn, das hat Julian Nagelsmann auch gesagt, gerne beim DFB gesehen. Aber eben erstmal bei der UN20, das wollte er nicht. Er wollte sich da bei Dortmund wieder fit machen. Und ich glaube, deswegen ist die EM-Tür auch für ihn so ein bisschen zu. Andersrum ist die EM-Tür, glaube ich, sperangelweit offen für Mats Hummels. Mats Hummels, der Spieler der Spiele. Zweimal Man of the Match geworden gegen Paris Saint-Germain. Er zeigt absolute Weltklasseleistungen, lässt einem Niklas Süle, einem jungen Verteidiger, keine, wirklich gar keine Chance, dass er irgendwie sich hier bei Borussia Dortmund festspielen könnte. Die Erfahrung, die er mitbringt, die Ruhe, ein Weltmeister in den eigenen Truppen, das ist auch jemand, der von der Bank kommen kann. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor, ein ganz, ganz großer Meinungsführer, ein Führungsspieler. Und ich würde Mats Hummels definitiv mitnehmen. Die Frage ist, ob Julian Nagelsmann das macht. Denn er hat ja gesagt, es geht auch darum, die richtigen Backups zu finden. Da sehe ich Mats nicht als optimale Besetzung. Das sagte er im März über Mats Hummels. Ja, Mats Hummels wäre vielleicht eigentlich eher ein Spieler, der nicht als Backup geeignet ist, sondern eher in die erste Elf gehören sollte. Da wird er sich aber wohl nicht reinspielen. Da hat man sich jetzt ein bisschen schon eingespielt bei der deutschen Nationalmannschaft. Tar und Rüdiger sind da halt eben gesetzt. Aber ich würde nicht auf so einen erfahrenen Mann wie Mats Hummels verzichten. Oder was meint ihr dazu? Was sagt ihr über Mats Hummels eure Meinung? Schreibt sie doch mal gerne in die Kommentare. Sollte er unbedingt mitgenommen werden? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ein Name, über den wir auch noch sprechen müssen. Julian Brandt. Ein Tor, drei Assists rammelt. Sammelte Julian Brandt in der Champions League-Ko-Rund. Das ist natürlich ziemlich gut. Er spielt halt eben auf einer doofen Position, wenn man das mal so sieht. Denn seine Konkurrenz, die ist immens. Jama Musiela und Florian Wirz, die sind gesetzt. Dahinter warten Chris Führig und Dennis Undorf. Außerdem wird wohl auch Thomas Müller dabei sein. Also es ist hier schon ziemlich viel auf dieser Position da. Aber durch diese Erweiterung von 23 auf 26 Spieler könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man vielleicht noch einen Platz für Julian Brandt findet. Nicht in der ersten Elf, nicht unter den ersten 13, 14, 15 Spielern, aber bestimmt unter den besten 20, die wir so in Deutschland haben, würde ich Julian Nagelsmann zumindestens mal seine Namensvetter Julian Brandt empfehlen. Aber was sagt ihr? Wen von diesen Jungs vom BVB seht ihr in der Nationalmannschaft? Glaubt ihr, es kommt zu einer Art Massen-Comeback des BVBs im DFB-Team? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und damit kommen wir zum letzten Thema des Videos. Marco Reus wird Borussia Dortmund verlassen. Und jetzt gibt es konkrete Gespräche mit einem Klub. Spieler Marco Reus hat jetzt ja schon zwei Ziele schon mal ausgeklammert. Er wird nicht weiter in der Bundesliga spielen. Das kommt für ihn nicht mehr in Frage. Da gehört sein Herz wohl nur noch Borussia Dortmund. Und damit ist eine Gladbach-Rückkehr absolut vom Tisch. Es hieß auch, dass er nicht nach Saudi-Arabien wechselt. Also das waren zwei Optionen, die er schon mal definitiv ausgeschlossen hat. Marco Reus wollte das nicht machen. Und tatsächlich ist halt eben die MLS ein ganz, ganz großes Ziel für ihn. Und The Athletic berichtet es, Reus steht bereits in Kontakt mit einem konkreten neuen Arbeitgeber. Und das ist der MLS-Klub St. Louis City. Es gab wohl erste Gespräche. Der Prozess ist aber noch im sehr, sehr frühen Stadium. Und da kann er einen Ex-Team-Kollegen treffen, nämlich Roman Bürki. Der spielt dort im Tor in der MLS und hat auch gesagt, er würde tatsächlich gerne Reus holen. Das Problem, was Bürki sieht, ja sie haben jetzt nicht ewig viel Geld. Es ist kein Klub, wo man mega viel Geld verdienen kann. Man ist hier, was die Gehaltswertung angeht, relativ weit unten. Und das könnte natürlich zum Problem werden, denn Marco Reus wird auch in der MLS ein hohes Gehalt verdienen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Trotzdem ist es ein Klub, bei dem ich grundsätzlich Marco Reus auch sehen würde. Ich kenne den Klub aber wirklich auch kaum. MLS ist aber, denke ich, die Liga, wo er dann hin möchte. Und da kommt es, denke ich, ganz, ganz stark darauf an, wo im Endeffekt er sich im Endeffekt sieht. Bei Borussia Dortmund, da laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Mit dem Einzug ins Champions-League-Finale erhält der BVB wichtige Einnahmen. Gewinnt man die Champions-League, dann bekommt man sogar wohl 20 Millionen Euro nochmal an Top. Und die Kohle, die soll direkt reinvestiert werden. Aber man braucht auch Geld aus einigen Spielerverkäufen. Ein Trio darf den Klub wohl jetzt tatsächlich verlassen. Welche drei Spieler sind das? Zum einen ist das wohl tatsächlich Sebastian Haller. Der 29-jährige Stürmer ist ja damals vor gut anderthalb Jahren von Ajax Amsterdam in der Saison 2022-23 zu Borussia Dortmund gewechselt. Damals hat er gekostet, 31 Millionen Euro Ablöse. Mittlerweile ist er nur noch 14 Millionen Euro wert. Man möchte den Spieler jetzt verkaufen. Vor allem auch, weil er zum einen noch einen längerfristigen Vertrag hat und auch einer der Topverdiener bei Borussia Dortmund ist. In 14 Spielen in der Bundesliga kein Tor, nur eine Vorlage. Das ist natürlich viel zu wenig für einen Spieler, der wie gesagt zu den Topverdienern gehört. Und der ist der Erste, der gehen soll. Ein weiterer Spieler, das wird viele von euch überraschen, das ist Niklas Süle. Der einzige Transfer-Coup ablösefrei damals vom FC Bayern München zu den Bayern gewechselt. Und ebenfalls zur Saison 2022-23 ist ja auch mittlerweile ein Spieler, der nicht so wirklich in die Formation passt. Der kommt nicht so richtig rein. Mats Hummels mit 34 Jahren läuft dem 28-jährigen Innenverteidiger immer wieder den Rang ab. Mit einem Marktwert von 22 Millionen Euro könnte man hier auch noch die ein oder andere Million für ihn bekommen. Da gibt es auch Interessenten aus zum Beispiel der Premier League, die an Niklas Süle grundsätzlich Interesse haben. Und genau deswegen ist Niklas Süle ein Verkaufskandidat beim BVB. Wobei ich euch ganz ehrlich sage, Mats Hummels wird auch nicht jünger. Wenn man ihn verkauft, dann muss man auch in der Innenverteidigung etwas machen. Ich weiß noch nicht, wer es dann werden soll. Neben Nico Schlotterberg braucht man eine Bank, denn Mats Hummels kann auch in der nächsten Saison nicht jedes Spiel machen. Von daher sehe ich diesen Abgang von Niklas Süle eher etwas kritischer. Und einen Abgang, den man wohl auch kritischer sehen kann, das ist der von Yusufo Moukoku. Der hat keinen leichten Standort, Edi Terzic. Edi Terzic, der wird aber definitiv bleiben. Darüber können wir auch gleich nochmal kurz sprechen. Und unter Edi Terzic, da spielt Yusufo Moukoku eben keine so wirklich große Rolle. Mit 19 Jahren ist er immer noch ein absolutes Top-Talent. Markwert 25 Millionen Euro. Für diese Summe könnte man ihn wohl auch abgeben. In der Bundesliga kommt er noch auf 19 Spiele. Sehr, sehr wenig Spielminuten. Sein Markwert ist auch mittlerweile etwas gesunken. Letztes Jahr war er noch bei 30 Millionen Euro. Von daher ist ja eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass der Spieler geht. Zu welchem Klub? Das ist allerdings noch nicht klar. Vermutlich zu einem anderen Top-Klub. Denn den Markwert von 25 Millionen Euro, den kann sich zum Beispiel der HSV, der ihn ja in Form des Trainers Steffen Baumgart gerne holen würde, sich definitiv nicht leisten. Auch ist hier eine Laie noch nicht komplett ausgeschlossen. Man könnte auch hier so eine Art ein Laiemodell fahren und dann ihn vielleicht im Winter oder in einem Jahr dann safe verkaufen. Und dann kommen wir nochmal kurz zu Edi Terzic. Der hat jetzt nämlich mittlerweile bestätigt bei einem Interview gestern auf der PK, dass es eben so ist, dass es im Hintergrund schon Gespräche gibt rund um eine Vertragsverlängerung. Er soll also definitiv bleiben. Und im Sommer kommt ein XXL-Umbruch. Die Einnahmen, die man jetzt schon in der Champions-League-Saison hatte, das waren jetzt schon über 100 Millionen Euro. Und dementsprechend ist jetzt schon klar, 60 Millionen Euro hat man es schon für Transfers in diesem Sommer bereitgestellt. Jetzt kommt der Finaleinzug nochmal dazu. Plus vielleicht mögliche Preisgelder von einem Finalsieg. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Borussia Dortmund ohne Verkäufe hier schon 80, 90 Millionen Euro für Transfers in diesem Sommer bereit ist auszugeben. Man hat auch schon zwei Spieler, in denen man investieren will. Zum einen Ian Martin, zum anderen Jadon Sancho. Die werden auch einiges kosten. Vermutlich zusammen 70 bis 80 Millionen Euro. Also das Geld wäre schon mal weg. Plus eben die Verkäufe. Dann kann man vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler holen. Ein Spieler, den man da auch im Visier hat, das ist ja Chris Führig. Da gibt es jetzt auch ein Update. Der Poker rund um Chris Führig, der wird in diesem Sommer starten. Für den VfB Stuttgart dürfte Chris Führig wohl kaum zu halten sein. Er hat zwar noch einen bis 2028 datierten Kontrakt bei den Schwaben, aber es ist eine Ausstiegsklasse für diesen Sommer enthalten. Er darf den Verein für 23,5 Millionen Euro verlassen. Das ist eine Summe, die ist, würde ich sagen, vollkommen in Ordnung für einen Spieler wie Chris Führig. Wenn man sich überlegt, dass laut Transfermarkt.de sein Marktwert auch bei 25 Millionen Euro liegt, Tendenz natürlich ganz klar steigend. Der hat einen richtigen Sprung gemacht. Noch vor gut einem Jahr war der Marktwert bei 4 Millionen Euro. Also von daher ist hier das ein Spieler, der vielleicht in den zukünftigen Jahren zu den besten deutschen Flügelspielern gehören könnte. Nicht umsonst ist er auch bei der diesjährigen EM definitiv Teil des Mannschaftskaders. Und da gab es ja diverse Interessen. Zum Beispiel der FC Bayern München. Sie wollten ihn haben, auch Borussia Dortmund war an ihn dran, auch Bayer Leverkusen, RB Leipzig haben ein Auge auf den schnellen Außenspieler geworfen. Und jetzt berichtet der Kicker darüber. Es gibt wohl auch einige englische Spitzenklubs, wo Chris Führig ein Kandidat ist. Konkret ist das wohl der FC Chelsea. Ob solch ein Schritt für den Rechtsfuß ins Ausland in Frage kommt, das ist natürlich noch nicht so ganz klar. Stuttgart indessen. Sie rechnen ganz, ganz fest wohl mit einem Abgang von Chris Führig. Suchen da auch schon nach einem möglichen Nachfolger. Die Frage ist natürlich jetzt einfach, wer die besten Chancen sind. Stand jetzt würde ich tatsächlich sagen, ist der FC Bayern München und Borussia Dortmund ein potenzielles Ziel für den Spieler. Bei Borussia Dortmund könnte er der Nachfolger von Marco Reus werden. Beim FC Bayern München hingegen könnte er eine ernsthafte Konkurrenz für beispielsweise einen Leroy Sané oder einen Kingsley Coman werden. Weil er dann quasi vielleicht der Nachfolger von einem Serge Gnabry werden könnte, der ja auch mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird. Der Poker von Chris Führig, rund um Chris Führig, der wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten so richtig starten. Ich behalte das natürlich im Auge und schreibe dann natürlich euch die neuesten Entwicklungen hier in die Kommentare. Dann kommen wir doch gerade mal zu einem Bayern-Spieler, wo der Poker auch demnächst so richtig starten wird. Und das ist Alfonso Davis. Da hat jetzt auch Fabrizio Romano sich zugeäußert und die neuesten Updates rund um Alfonso Davis gegeben. Ich gebe euch jetzt erstmal ein kleines Update rund um die Worte, die er erstmal in Richtung Abgang gerichtet hat. Es hört sich nämlich an, wie tatsächlich nach einem möglichen Abschiedswort. Er sagte nach der Niederlage im Bernabeu, mein Berater spricht gerade mit Bayern. Was auch immer passiert, ich bin dem FC Bayern München sehr dankbar. Und diese Worte, die klangen schon sehr, sehr stark nach Abschied. Und man hat auch auf dem Platz gesehen, Alfonso Davis, der hat sich mit Carlo Ancelotti so richtig geherzt. Man hat sich begrüßt, man hat miteinander gesprochen. Der 64-jährige Realtrainer wird ja auch in der kommenden Saison der Trainer bei den Königlichen sein. Vielleicht hat man sich hier schon mal ausgetauscht, wie man dann mit ihm plant. Er hat auch das Tor gegen Real Madrid geschossen, also hat er da eigentlich auch ganz gute Werbung für sich gemacht. Aber welches Update gibt uns jetzt Fabrizio Romano? Der FC Bayern München wartet immer noch auf eine Antwort vom Davis-Management. Man hat ja ein Angebot hinterlegt, eine Frist mitgegeben. Die Frist, die ist schon lange verstrichen. Jetzt aber ganz klar, man wartet immer noch auf eine Antwort. Die Frist, die war jetzt nur obligatorisch. Man hofft immer noch, dass Alfonso Davis einem neuen Vertrag zustimmt. Man ist aber tatsächlich nicht optimistisch, dass Davis den Vertrag nochmal verlängern wird. Das bedeutet, man muss ihn eigentlich im Sommer abgeben, denn sein Vertrag läuft dann im nächsten Jahr aus. Real Madrid weiß die Situation. Sie wären glücklich, wenn er jetzt kommt, aber würden tatsächlich auch nur dem FC Bayern München einen fairen Preis zahlen. Man würde nicht zu viel zahlen. Nicht das, was aktuell in den Gerüchten so steht, 50, 60, 70 Millionen Euro. Das würde man wohl definitiv nicht für Alfonso Davis auf den Tisch legen. Das wäre zu viel für Real Madrid. Sie wollen weniger zahlen. Er hat einen Marktwert von 60 Millionen Euro. Aber wie gesagt, man weiß halt eben um den Umstand, sein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus. Und genau deswegen rechnet man eher hier zwischen 30 und 40 Millionen Euro. Dann wäre das für Real Madrid wohl tatsächlich eine Option, dass man einen Vorstoß im Sommer machen könnte. Ansonsten eben nicht, weil man ist eigentlich mit Folland Mondi, der aktuell auf der Linksverteidigerposition steht, ziemlich zufrieden. Aber natürlich weiß man auch um den Umstand, dass Davis gerne kommen würde. Also für 30, 40 Millionen Euro würde man ihn holen. Für mehr allerdings nicht. So, da der Stand laut Fabrizio Romano. Was sagt ihr dazu? Und dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Gehen wir noch mal ganz kurz rüber zu Bayer Leverkusen, zu Florian Wirtz. Der musste ja offensichtlich verletzt spielen zuletzt im Europa-League-Halbfinale gegen Rom. Da kam er in der 80. Minute rein. Und man hat ganz klar gesehen, er konnte nicht gut laufen. Er ist gehumbelt, aber er wollte der Mannschaft helfen. Dort hat auch Xabi Alonso danach bei der BILD gesagt. Und gesagt, man ist da schon ein Risiko eingegangen. Florian Wirtz ist verletzt. Man musste ihn trotzdem auf den Platz stellen. Und da ist jetzt die Frage, wird er länger vor sich ausfallen? Was ist mit der EM? Was ist mit den beiden so wichtigen Finalen, die jetzt hier tatsächlich von Bayer Leverkusen noch gespielt werden? Und da gab Alonso jetzt Entwarnung. Er wird wohl nicht gegen Bochum und gegen Augsburg in der Bundesliga auflaufen. Aber er wird bei den beiden Finals gegen Atlanta Bergamo am 22. Mai und gegen den 1. FCK am 25. Mai definitiv mit von der Partie sein. Und damit dann auch Teil des EM-Kaders. Das ist die Leistung von Mats Hummels im Spiel gegen Paris. Ein Jamon mit 1 zu 0 hat man das gewonnen. Man ist ins Finale der Champions League eingezogen. Und dann ist jetzt die große Frage. Der Held des Spiels, der Held des Hinspiels, der Held des Rückspiels, das war ganz klar Mats Hummels. Und jetzt ist die Frage, wie geht es für ihn weiter? Er hat sich jetzt dazu geäußert, hat sich auf eine Pressekonferenz zu Wort gemeldet und gesagt, Ich habe schon früh gesagt, dass ich das sehr spät entscheiden möchte. Der Verein war damit einverstanden. Das sagte der Spieler auf einer Pressekonferenz. Und die Bild, sie deutet jetzt das Ganze, es geht wohl tatsächlich eher in Richtung Trennung. Obwohl es jetzt ja mit diesem Einzug ins Champions League Finale einen riesen Erfolg gab, sieht es wohl so aus, dass Mats Hummels wohl tatsächlich den Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern wird. Die Entscheidung liegt ganz klar bei ihm. Er hat da letztendlich die Zügel in der Hand. Aber ein Verbleib, der ist wohl jetzt doch unwahrscheinlicher geworden. Was ich mir persönlich gut vorstellen könnte, lassen wir Mats Hummels jetzt vielleicht mit Borussia Dortmund die Champions League gewinnen. Jetzt in einem einzigen Finalspiel ist alles möglich. Und wenn das der Fall ist, könnte er seine Karriere natürlich auf einem absoluten Hoch beenden. Vielleicht nochmal eine Europameisterschaft im eigenen Land spielen. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, weil ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann ihn eigentlich jetzt nach diesen Leistungen nominieren muss. Gerade K.O.-Spieler, das liegt jetzt anscheinend mit dem Spieler. Von daher führt er eigentlich für mich keinen Weg, man ihm dran vorbei. Und das wäre doch ein absolut würdiges Karriereende. Hansi Flick. Hansi Flick wird wohl tatsächlich zum deutschen Rekordmeister, zum FC Bayern München zurückkehren. Die neuesten Berichte, die uns jetzt hier erreichen, sind eben sehr, sehr vielversprechend. Gestern, da haben wir uns schon darüber gesprochen, Hansi Flick, der hat so seine Bedingungen gestellt. Er wollte keine Interimslösung sein oder sonst irgendwas. Er wollte, wenn dann, einen langfristigen Plan vorgelegt bekommen. Und jetzt, gestern Abend, berichtete Sky über den Paukenschlag bei der Bayern-Trainersuche. Denn die Bayern führen wohl bereits konkrete Gespräche mit Hansi Flick. Es ist eine echte Trainersensation. Sie wollen Hansi Flick jetzt definitiv zurückholen. Es gibt Gespräche, es soll auch noch heute weitere Gespräche geben, über das Wochenende Gespräche geben. Und Flick hat wohl laut Sky auch grundsätzlich schon signalisiert, dass er sich ein Comeback beim FC Bayern München sehr, sehr gut vorstellen kann. Der Deal ist aber natürlich noch nicht ganz fix. Aber es sieht ja alles ziemlich gut aus, denn es gibt jetzt auch schon bereits erste Namen, was seine Co-Trainer angeht. Und einer seiner Co-Trainer, das soll tatsächlich die Stürmelegende aus der deutschen Nationalmannschaft werden. Die Rede ist von Miroslav Klose. Ja, Miro Klose soll einer der Assistenztrainer von Hansi Flick werden. Das wurde jetzt auch hier von Sky berichtet. Das ist aber auch noch nicht zu 100% fix. Also wie gesagt, da gibt es jetzt auch die ersten Überlegungen, dass er dann tatsächlich bei so einer Rückwahlaktion von Hansi Flick dann einfach mal mitschwingt und auch Teil des Trainerteams wird. Und auch ein alter, bekannter Name von der 7er Straße, nämlich Toni Tapalovic, soll auch zurückkommen. Der Torwarttrainer, der beste Freund von Manuel Neuer, ist bzw. wäre dann auch wohl ein Teil des Trainerstuffs rund um Hansi Flick. Und das wäre auch eine Rückwahlaktion, die vermutlich vor allem Manuel Neuer sehr gut gefallen würde. Das wäre tatsächlich so, dass zum Flick-Comeback, also das wären seine beiden Trainer, die er dann wohl mitbringen würde. Die Bayern-Würste sollen auch schon dem anderen Kandidaten, Eric Den Haag, signalisiert haben, dass er quasi dann nur noch eine weitere Alternative wäre zu Hansi Flick. Sollte die Rückholaktion irgendwie nicht hinhauen, dann würde man versuchen, Eric Den Haag an die 7er Straße zu holen. Also ist das eigentlich auch nicht so richtig, der Wunschtrainer hörte ja hier auch schon raus, sonst hätte man ja Eric Den Haag sofort geholt oder hätte da zumindest mal alle seine Karten draufgelegt. Aber das ist nicht der Fall, aber das tut man jetzt eben mit Hansi Flick. Hansi Flick war 2019 zunächst mal Co-Trainer unter Niko Kovac, übernahm nach der Trennung und gewann dann mit dem FC Bayern München in 2020 das 6-Tupel. Meisterschaft, DFB-Pokal, Supercup, Champions League, FIFA-Klub-WM, UEFA-Supercup. Das sind natürlich extrem große Erfolge. Danach ist er zur deutschen Nationalmannschaft gewechselt und ist dort dann im letzten Herbst nach der gescheiterten WM in Katar entlassen worden. Seither sucht er eigentlich einen neuen Klub, war zum Beispiel auch schon mit dem FC Barcelona so gut wie einig. In den letzten Tagen und Wochen gab es auch immer wieder Gerüchte rund um den FC Chelsea. Aber jetzt ist es tatsächlich der Plan, dass man Hansi Flick zurückholt. Es ist nicht nur eine Idee, es ist der ganz konkrete Plan. Hansi Flick soll der neue, beziehungsweise soll erneut Bayern-Trainer werden. So da der Stand zu Hansi Flick. Wenn wir da dann endlich Vollzug vermelden können und er dann tatsächlich der neue Bayern-Trainer wird, dann gebe ich euch natürlich hier wie immer Bescheid. Dann kommen wir zu einem traurigeren Thema. Die Rede ist hier von Jamal Musiala. Es gibt Verletzungsprobleme und die könnten jetzt sogar auch die deutsche Nationalmannschaft betreffen. Was ist bei Jamal Musiala los? Nach der 2-1-Niederlage gegen Real Madrid, da hat sich Jamal Musiala erstmal so ein bisschen über seine Verletzungen im Interview geäußert. Er hat gesagt, er hat sein Knie wieder gespürt und hat echt Angst, dass es schlimmer wird. Er will, dass das jetzt endlich mal weggeht. Er spielt seit Monaten mit Schmerztabletten und mit Spritzen, wird fit gespritzt. Das ist natürlich eine Situation, die ist für einen 21-Jährigen absolut nicht förderlich. Und Jamal Musiala, der hat schon angedeutet, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Ich muss auch einfach mal nichts machen. Wir hatten so große Spiele, da war keine Zeit, sich zur Ruhe zu geben und damit es wirklich weggeht. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit bis zur EM, das wirklich wegzubekommen. Also es ist sehr, sehr gut möglich, dass tatsächlich Jamal Musiala in den nächsten Wochen geschont wird. Denn ganz wichtig ist jetzt die kommende EM in der Bundesliga. Da geht es eh um gar nichts mehr. Um den zweiten Platz, aber es ist eigentlich egal, ob man Zweiter oder Dritter wird. Die Champions-League-Quali hat man ja sowieso sicher. Und für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist natürlich Jamal Musiala eine zentrale Figur. Sein Fehlen bei der deutschen Nationalmannschaft wäre extrem, extrem bitter. Und genau deswegen sollten hier alle Bayern-Verantwortlichen an einem Strang ziehen und sagen, nein, den Jungen lassen wir jetzt draußen, der muss sich erholen. Und auch gerade für die weitere Karriere von Jamal Musiala ist es sehr, sehr wichtig, dass er durch eine Knieverletzung, die er da hat, jetzt mal richtig auskuriert und nicht immer fit gespritzt wird. Und das ist natürlich auf Dauer auch absolut ungesund. Die Mannschaft Borussia Dortmund, sie ist verdient im Finale der UEFA Champions League. Und wie geht es mit Edin Terzic weiter? Bei ihm, da hieß es ja lange, ja, vielleicht wird er entlassen. Die Leistungen der Bundesliga sind im Endeffekt zu schlecht. Dass ein Trainer, der mit Borussia Dortmund ins Finale der Champions League einzieht, dass der entlassen wird. Ich denke, das wissen wir alle, das wird tatsächlich nicht passieren. Und jetzt sieht es wohl tatsächlich eher so aus, dass eine Verlängerung mit Edin Terzic wohl quasi kurz bevorsteht. Das Einzige, was man ihm dann irgendwie beibringen muss, dass er seine Dortmunder, die eben jetzt in der Champions League so überzeugend waren, dass sie im Endeffekt jedes Spiel genauso überzeugend auch in der Bundesliga agieren. Das ist die große Aufgabe für Edin Terzic für die nächste Saison. Und er wird auf jeden Fall die nächste Saison bekommen. Denn jetzt ist auch schon klar, Hans-Joachim Watzke hat sich auch nochmal nach dem Spiel vorgestern da so ein bisschen dahingehend geäußert. Und gesagt, es ist unglaublich, was Edin Terzic leistet. Letzte Saison fast die Meisterschaft, jetzt Champions League Finale. Was will man in seinen ersten zweieinhalb Jahren als Trainer mehr? Man muss ganz klar sagen, diese erfolgreiche Run in der Champions League hat im Endeffekt auch Edin Terzic mehr oder weniger den Job gerettet. Und jetzt brichtete die Ruhrnachrichten eben darüber, es soll in der nächsten Hinrunde, also Anfang nächster Saison, dann auch schon Gespräche geben. Man würde wohl tatsächlich aktuell seitens der Bosse rund um Lars Ricken, Sebastian Kiel, Watzke und wie sie alle heißen, würde man wohl gerne den Vertrag mit dem Erfolgscoach verlängern. Man will da noch so ein bisschen abwarten, wie die nächste Saison so rein startet. Aktuell ist er noch bis zum nächsten Sommer, also bis Sommer 2025 an Borussia Dortmund gebunden. Aber dass Edin Terzic schon mal irgendwo anders trainieren wird, ist fast ausgeschlossen. Der Typ ist ein Dortmund-Fan durch und durch, ihr kennt ja die Bilder aus der Süd, ich will gar nicht damit anfangen. Und ja, ich habe ihn auch viel gehatet hier auf diesem Kanal, ich kann mich nicht davon freimachen. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass er vielleicht nicht der Weltklasse-Trainer ist, den man braucht, dass er taktisch jetzt vielleicht noch viel Luft nach oben hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht hier bei Borussia Dortmund irgendwie etwas aufbauen kann, eine Mentalität in der Mannschaft schaffen kann, die eben langfristig dann auch große Erfolge bringen kann. Wie seht ihr es? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und ein Spieler, der jetzt unter Edin Terzic auch so richtig aufblüht, das ist Jadon Sancho. Der ist ja sowieso ein Dortmunder durch und durch und er möchte jetzt auch sehr, sehr gerne bei Borussia Dortmund bleiben. Das ist mittlerweile auch schon ganz klar kommuniziert worden. Und jetzt gibt es eine erste Zukunftsentscheidung von Jadon Sancho bezüglich einer potenziellen Vertragsverlängerung, eines potenziellen Transfers oder ähnliches. Was ist da vorgefallen? Wie das Portal TalkSport berichtet, ist für Jadon Sancho eine Rückkehr zum Manchester United, egal ob Eric Deinhard da ist oder nicht, ausgeschlossen. Er wünscht sich absolut einen Verbleib in Dortmund. Das wird zwar finanziell relativ schwierig werden für Borussia Dortmund, andersrum. Sie haben jetzt allein für den Finaleinzug 20 Millionen Euro extra verdient. Das kann man direkt wieder in Jadon Sancho reinvestieren. Aber man muss ganz klar sagen, er hat sich jetzt dafür entschieden, nein, United, das möchte er nicht mehr. Seine Phase dort, da hat nicht nur der Trainer ihn im Stich gelassen, vielleicht auch der ganze Stuff, die Bosse im Hintergrund und so weiter und so fort. Er durfte ja nicht mal mehr bei der U21, glaube ich, mittrainieren. War eigentlich komplett freigestellt vom Training. Und genau deswegen ist eine Entscheidung diesbezüglich jetzt seitens Jadon Sancho gefallen. Nein, er möchte definitiv nicht wieder zurück zu United. Er möchte bei Borussia Dortmund bleiben, wäre auch bereit auf Gehalt zu verzichten, weil das muss er definitiv tun. Ich bin gespannt, ob Borussia Dortmund ihn halten kann. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war es von mir. Bis dahin, Leute. Ciao. Bis dahin, Leute.